Mehr darf man kein Programm zur Gesichtserkennung geben. Ich spioniere so schon den Leuten genug hinterher, bzw. den Büchern, die sie lesen. Ich verrenke die Augen, bis ich den Titel entziffert habe, und dann wird gegoogelt. Letztes Opfer meiner schlechten Angewohnheit wurde ein älterer Herr mit einem Buch namens Money Talk in einem Moselgasthof. Design und Titel passten nicht so recht zusammen, zumindest dann nicht, wenn es sich um einen Ratgeber in Gelddingen handeln sollte, und der Mann sah nicht danach aus, dass er schlechte Bücher lesen würde. Die Recherche vom Nebentischhaus ergab, ein Gymnasiallehrer über 50 traute sich mal auf seine älteren Tage ein Buch zu schreiben und selbst zu veröffentlichen. Das ist fast, wie sich in jemand 19-Jähriges verlieben. Kann peinlich werden. Meine Vermutung war auch, dass der Leser mit dem Autor persönlich bekannt sein muss, denn viele Aussichten auf dem anonymen Vertriebsweg hat so ein Buch nicht. Der Verlag, an den der Veröffentlichungsauftrag ging, hat jedenfalls gut und gern 3.500 weitere Autoren. Als ich dann dem älteren Herrn am nächsten Morgen bei der Abreise wieder begegnete, war ich dreist genug, nach seiner Beziehung zum Buch zu fragen. Tatsächlich, Autor und Leser sind befreundet. Da mein Kanal im Grunde auch so ein Projekt vor allem für das eigene Vergnügen darstellt, habe ich mich schon aus Solidarität mit diesem Zufallsfund beschäftigt. Aber es war auch die Leseprobe, in der eine 2-Euro-Münze vom Miteinander unter Geldstücken erzählte, die mich dazu brachte, das erste Mal in meinem Leben ein self-published Buch zu kaufen. E-Book. Zählt das? Diese Münze lernt die Menschen verschiedener Milieus kennen und erfährt, was ihnen Geld in ihrem Leben bedeutet. Dem gegenübergestellt sind historische Erzählungen vom Geld oder Gold, wie um Shakespeare's Satz seinem Romeo in den Mund gelegt zu beweisen. Gold, ein schlimmeres Gift den Seelen der Menschen, das in dieser eklen Welt mehr Mord verübt, als dieses arme Trinken, nämlich das Gift, das Romeo beim Apotheker kauft, um sich damit das Leben zu nehmen. Die Perspektive der Münze ist natürlich nicht gut durchzuhalten, und so verliert der Roman, wie der Text bezeichnet sein will, auch immer wieder mal seine Linie. Eigentlich ist es mehr ein Erzählband mit Sachbucheinlagen rund ums Geld, in dem genauso spannend vom Flaschensammeln wie vom Grauen, das die Konquistadoren in die neue Welt brachten, erzählt wird, ein Buch, das einem recht gut gelaunt, ein schlechtes Gewissen macht, ein Mensch zu sein. Ein Lektorat hätte dem Autor vielleicht noch das ein oder andere Hi-Hi ausgeredet und diverse Satzbau- und Schreibfehler aufgestöbert, aber ich habe es mit Vergnügen und Interesse gelesen. Ich mag aber besonders, wie ich es gefunden habe, und wünsche dem Autor deshalb von ganzem Herzen Erfolg und damit auch liebe Grüße an seinen Leser, dem ich an der Mosel begegnete. Vielen Dank. Vielen Dank.